Guck mal, weißt du, was das hier ist? Das ist doch Upside! Nein, das ist nicht Upside! Ey! Nix, hey! Das ist ein historischer Moment. Ich hab abgestillt. Ja. Moment mal, wieso schon nach sechs Monaten? Weißt du, ich hab letztens noch gelesen, dass es... Verkürst es. Erstens ist so, hier sieben Monate und zweitens habe ich keine Lust mehr, dich ständig zu gutschieren, damit du saufen darfst. Bin ich so? Ja. Du bist so leicht zu durchschauen. Robert, Bierchen? Ja, sehr gerne. Mh! Ich bin nicht Upside. Du trinkst wieder? Ich hab heute Morgen abgestillt. Wie, jetzt schon? War klar, dass das jetzt kommt. Muttermilch ist nach wie vor das Beste für die Entwicklung eines kleinen Kindes. Ja, Moment. Ich hab von der Mutter gehört, die hat ihren Sohn gestillt, bis er 47 war. Das war heute ein super Typ. Ne, Andreas, auch ein Bier? Vielen Dank. Vielleicht werden wir fertig sind. Guten Morgen! Ja, er. Er steht gut. Danke, vielen Dank. Sie sind ein wundervolles Publikum. Hallo, mein Stadt. Hi. Willkommen zu Hause. Ja, vorübergehend. Ganz klar, vorübergehend. So, jetzt lass uns mal. Ich muss um sechs den Wagen zurückbringen. Mist, was ist das denn? Oh, entschuldige, die Kartons sind gebraucht. Wo kommen denn die Boxen hin? Ja, und die Stereoanlage. Ich weiß nicht. Scheiße, das passt doch hier gar nicht alles rein. Pack mal ab. Nächste Woche räumen wir mein Büro aus und dann habt ihr schon zwei Zimmer. Dein Büro? Welches Büro? Na, Papas Arbeitstimmer. Jessica? Ja? Kannst du grad mal runtergehen? Sie wissen nicht, welche Kisten in den Keller sollen. Ja, die, wo ich die Post-its dran gemacht hab. Die waren von dir? Die hab ich abgemacht. Mann, echt? Christian, die Pflanzen hat Paul irgendwo vorne aus dem Wagen. Ich weiß auch nicht, was er da wieder rumzufummeln hatte. Wohin? Ähm, auch einfach hier vorne zu den anderen. Sag mal, Christian, die Geschichte mit dem... Hä? Haschisch. Hat der Vermieter dich eigentlich angezeigt? Äh, nee, nee, das war ja der Deal. Er verzichtet auf die Anzeige, dafür ziehen wir zum Ende des Monats aus. Und die Pflanzen habt ihr aber alle vernichtet? Ja, ja, sofort. Na ja, du, das ist wichtig, ne? Allein der Besitz ist strafbar. Aber wenn ihr da irgendwelche juristische Hilfe braucht. Vielen Dank, Andreas. Ich nehm dir die Dinge einfach mal ab. Riechen aber intensiv, ne? Äh, ja, ja, das ist, ähm, ein Gewürz. Pakistanischer Salbei. Ah. Die brauchen ne ganze Menge, ähm, Schatten. Ja. Warte geht's. Mhm. So. Ich glaub, das war's. Wir sind fertig. Vielen Dank an alle. Hey! Wie wär's, wenn wir alle noch zusammen essen? Mann. Seid ihr ein Haufen von Langweilern. Hey, ich muss die Mietbank zurückbringen. Paul muss auch noch Hausaufgaben machen. Bundesliga-Konferenz. Ja, du, und Zoe muss echt ins Bett. Und bei Oma schmeckt's nie. Okay, das lass ich gelten. Haut ab. Hahaha. Tschüss. Tschüss, für's까지. Tschüss. Tschüss. Pass auf die Mäuse auf. Tschüss, bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss. dass meine Mama recht hat und wir wirklich ziemlich langweilig geworden sind. Wir? Wieso? Du, wir gehen nicht mehr ins Kino, wir gehen nicht mehr ins Restaurant, wir gehen nicht mehr auf Partys. Geschweige denn, dass wir selbst eine Party machen. Wann haben wir das letzte Mal eine Party geschmissen? Na ja, zum Bundesliga-Start kommen immer Leute. Na ja, gut, dann machen wir eine Party. Mich musst du da nicht lang überzeugen. Echt? Na klar, wir feiern einfach, wie langweilig wir geworden sind. Das ist doch ein ganz guter Aufhänger. Und dass du abgestillt hast. Genau, ich kann wieder saufen. Ja, diese Brüste gehören endlich wieder mir. In der Hinsicht haben wir übrigens auch ziemlich nachgelassen. Wenn ich mir vorstelle, was wir früher so alles angestellt haben. Und vor allem wo überall. Oh, was ist mit der Kleinen? Wieso, die schläft doch. Niemand stellt ungestraft die sexuelle Brillanz eines Robert Siedler in Frage. Andreas! Da ist Andreas! Oh Gott! Hallo, Andreas! Hallo, Hi! Ich wollte nicht. Ich dachte, man weiß heute nicht, wenn man einfach so weitergeht. Ja klar. Und hast du den Wagen weggebracht? Ja, die Verleihstadt sind ja gleich hier und ich habe meinen Wagen da vorne stehen. Deswegen... Okay. Okay. Ja, ich muss mal. Katja wartet bestimmt schon. Mach's gut. Tschüss Andreas! Tschüss! Grüß schön! Was er erzählt das Katja? Nie im Leben. Das ist ihm selbst viel zu peinlich. Hahaha! Tschüss!